Musik Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, heute gibt es von mir ein neues Videoformat und zwar nennt sich das Ganze Einfach Elegant. In dem möchte ich euch Karten vorstellen und das sind Karten, bei denen man nicht so viel erklären muss, die aber sehr schön sind und sehr elegant und ich möchte damit einfach meine ganzen Ideen vielleicht noch ein bisschen einbauen, mit euch teilen, ohne diese wahnsinnigen Bearbeitungszeiten zu haben, die ich normalerweise für ein Video habe. Und deswegen werdet ihr in dem Video keine Bestellnummern eingeblendet sehen, sondern die werde ich euch gleich am Anfang aufgeschrieben haben, was man für Produkte benötigt für das Projekt, wo man macht. Und ich will auch normalerweise nicht quatschen in diesen Videos und ja, deswegen hoffe ich, dass die Bearbeitung da ein bisschen schneller geht. Aber dass ihr trotzdem total viele schöne Ideen bekommt und deswegen wird es jetzt ein neues Format sein. Die Videos werden unregelmäßig erscheinen, also die Freitagsvideos, die werden ganz normal weitergehen, so wie es jetzt ist. Wenn ich mal kein Freitagsvideo habe, dann kann es schon sein, dass ich so ein Video einbaue, aber normalerweise ist es ein zusätzliches Format. Und das Video richtet sich an Anfänger und auch an Fortgeschrittene, denn ich mache halt immer unterschiedliche Projekte, mal vielleicht mit einer Stanz- und Prägemaschine, mal vielleicht ohne. Aber ihr könnt es natürlich auf euch ummünzen und für euch anwenden, was ihr eben für Produkte habt. Es kann sein, dass ich mal nur mit einem Stempelset arbeite oder auch mit mehr, je nachdem. Also das variiert, deswegen ist es für alle gut oder für alle einsetzbar und anwendbar, diese Videos. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal was präge und ihr habt keine Prägemaschine, könnt ihr ja vielleicht anstatt einem geprägten Papier auch ein Designerpapier verwenden oder so. Also da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich wünsche euch jetzt ganz kurz viel Spaß mit diesem Format. Ich danke euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefällt, dann bin ich natürlich happy, wenn ihr mir einen Daumen hochgebt oder kommentiert. Ich freue mich darüber sehr und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Einfach Elegant. Und die erste Karte, die wir heute machen in meiner neuen Serie Einfach Elegant, ist diese wunderschöne Karte. Danke für alles. Und ihr könnt die natürlich jetzt auch super zum Muttertag verwenden. Der ist ja bald, deswegen habe ich geguckt, dass ich das noch vorher einblenden kann oder euch aufbearbeiten kann. Und ihr seht hier in diesem Video eine ganz besondere Tipp, eine besondere Technik oder etwas ganz Besonderes. Und zwar ist es diese Blüten. Ich hoffe, man sieht es im Video. Die sind total verglitzert. Und da habe ich mir selber einen Aquapainter gebaut. Und wie ich das gemacht habe, das habe ich euch in einem kleinen Tippvideo aufgenommen. Schaut euch das unbedingt an, weil vielleicht könntet ihr das auch anwenden und das ist vielleicht eine tolle Idee für euch. Jetzt viel Spaß mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.